Vektorischer Reporter Kommen wir nun vom Vertonen zum Verschlüsseln. Letzteres mit der eigenen Netzkommunikation anzustellen erscheint, angesichts der allgegenwärtigen Geheimdienstaktivitäten, immer sinnvoller. Doch für die allermeisten Zeitgenossen ist Kryptografie etwas äußerst kryptisches. Krypto-Partys wollen das nun ändern, wie unser nächster Beitrag zeigt. Spuren im Internet verwischen, verschlüsselte Botschaften senden, Tarnkappen einsetzen. Wer eine Krypto-Party besucht, will vor allem eins. Mit anderen im Internet kommunizieren, ohne dabei von den Geheimdiensten abgehört zu werden. Deswegen hat auch Malte Diek seine erste Krypto-Party besucht. Mittlerweile organisiert er selber welche und bringt anderen bei, wie sie E-Mails verschlüsseln oder sich anonym im Internet bewegen können. Das gibt ein ganz anderes Gefühl von Vertrautheit und Privatsphäre. Vorher fanden wir es immer ein bisschen merkwürdig, eine E-Mail zu verschlüsseln. Und mir merkwürdig vorkam, war es danach plötzlich andersrum, dass es mir sehr merkwürdig vorkam, eine E-Mail unverschlüsselt zu senden. Die ersten Krypto-Partys fanden 2012 in Australien statt, weil die Regierung dort das Datenschutzgesetz abschwächte. In kleinen Gruppen brachten sich Internetnutzer gegenseitig bei, wie man Software zum Verschlüsseln und Anonymisieren benutzt. In Deutschland sind Krypto-Partys populär geworden, nachdem bekannt wurde, wie viele Daten der US-Geheimdienst NSA abfängt und speichert. Eine verschlüsselte E-Mail zu verschicken, ist dabei noch das Einfachste. Aber schon die Installation der Software schreckt viele Internetnutzer ab. Und oft sind die Programme für Ungeübte schwer zu bedienen. Deswegen ist für die meisten der Besuch ihrer ersten Krypto-Party ein Blick in eine völlig fremde Welt. Es ist das primäre Ziel, Hemmschwellen abzubauen. Und tatsächlich haben wir mittlerweile die Programme, die es sehr einfach machen, E-Mails zu verschlüsseln, Chat-Kommunikationen sowieso. Und auch das anonyme Browsen ist kein großes Mysterium. Ein anderes Werkzeug zum Beispiel ist der Tor-Browser. Er verschleiert die eigene IP-Adresse beim Betrachten von Internetseiten. So kann man sich weitgehend unerkannt im Web bewegen. Doch jedes zusätzliche Sicherheitsprogramm macht das Kommunizieren im Netz aufwendiger, langsamer und unkomfortabler. Der Internetaktivist Arjen Kampuis findet diesen Aufwand gerechtfertigt. Denn zurzeit können sich Internetnutzer nur selbst gegen die datengierigen Geheimdienste schützen. Die Regierung verspricht, dass sie deine Briefe nicht öffnet. Und solange sie sich daran halten, ist alles in Ordnung. Aber natürlich weißt du, dass du dir nicht sicher sein kannst. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie dieses Versprechen eben nicht halten, sondern es im ganz großen Stil brechen. Doch ein Wettrüsten mit den Geheimdiensten ist fast aussichtslos. Oft ist Verschlüsseln sogar unmöglich. Bei der geplanten Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel wird protokolliert, wer sich wann an welchem Ort mit seinem Handy ins Mobilfunknetz einwillt. Immer mehr Internetnutzer bezweifeln deswegen, ob der Staat wirklich ein Interesse daran hat, dass seine Bürger unbeobachtet kommunizieren und surfen können. Für Volker Beck, menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen, steht daher vor allem der Staat in der Pflicht, um Vertrauen zu werben. Also ich denke, es kann nicht die Aufgabe des Bürgers sein, seine Privatsphäre selbst zu schützen, sondern das schützen die Gesetze. Und deshalb ist der Ratschlag der Verschlüsselung als Lösung für die aktuelle Diskussion eine Zumutung an die Bürgerinnen und Bürger. Volker Beck fordert, die Geheimdienste schärfer zu kontrollieren. Verschlüsselungen kann man knacken. Oder die Geheimdienste umgehen die Verschlüsselung und besorgen sich den Inhalt und die Verbindungsdaten von E-Mails und Chats direkt bei Unternehmen wie Apple oder Microsoft. Wir nutzen alle Microsoft. Microsoft angeblich nutzt Verschlüsselungstechnik und andererseits wissen wir, dass Microsoft auch den USA auf diese Infrastruktur Zugang verschafft. Insofern ist es eine untaugliche Form der Verschlüsselung, wenn der Geheimdienst am Ende mitliest. Sichere Betriebssysteme für den Massenmarkt gibt es nicht. Und die Hersteller der großen Betriebssysteme für Handys und Computer kooperieren mit den Geheimdiensten. Dagegen helfen dann auch keine Krypto-Partys. Aber sie öffnen immerhin die Augen dafür, wie leicht wir alle im Internet zu bespitzeln sind. Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. Charles Dickens. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr Elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020